Jeder ist ein Teil des gesamten Erfolgs, gemeinsam mehr erreichen, verbunden zu bleiben. Nicht einfach nur verkaufen, um Gewinn zu erzielen, sondern Menschen begleiten. Auch in schwierigen Zeiten ist ein Ziel viel wichtiger als Geld. Geld hat in sich keinen Wert, es ist nicht egal, wo der Mensch dabei verbleibt. Wertvoll ist er, kein Kapital. Weiterdenken, Zukunft lenken, es geht um Werte. Nicht um schnelles Geld. Weiterschauen, Zukunft bauen. Es geht um Menschen, weil Leben wirklich zählt. Mehr als alles Geld auf der Welt. Geschäfte ohne Werte gehen am Menschen vorbei. Anderen helfen und selbst erfolgreich sein ist das Ziel. Und dazu braucht man Geld. Doch man braucht Geld, das den Menschen dient. Und es ist nicht egal, wo er dabei verbleibt. Wertvoll ist er, kein Kapital. Weiterdenken, Zukunft lenken. Es geht um Werte, nicht um schnelles Geld. Weiterschauen, Zukunft bauen. Es geht um Menschen, weil Leben wirklich zählt. Mehr als alles Geld auf der Welt. Ehrlichkeit, Offenheit, Vertrauen und Verlässlichkeit. Solidarität, gemeinsam handeln. Zukunft lenken, Zukunft lenken, weiterdenken. Weiterdenken, Zukunft lenken. Es geht um Werte, nicht um schnelles Geld. Weiterdenken, Zukunft lenken, Zukunft lenken. Zukunft lenken, Zukunft lenken. Es geht um Menschen, weil Leben wirklich zählt. Es geht um dich und mich, weil Leben wirklich zählt. Es geht um dich und mich, weil Leben wirklich zählt. Mehr als alles Geld auf der Welt. Mehr als alles Geld auf der Welt. Danke schön.